Am vergangenen Freitag wurde neun Bürgerinnen und Bürgern die Ehre zuteil von Ministerpräsident Dietmar Woidke, den Landesverdienstorden verliehen zu bekommen. Sie wurden für außerordentliche Verdienste um das Land Brandenburg und seine Bevölkerung in Potsdam geehrt. Einer, der diese Auszeichnung bekam, war der älteste aktive Notarzt Brandenburgs, Gerd Werner Mühlrich aus Cottbus. Ob Tag, Nacht oder Bereitschaftsdienste, an Wochenenden oder Feiertagen, Dr. Gerd Werner Mühlrich lebt für seinen Job. Mit 75 Jahren hilft er täglich Menschen, versorgt sie und rettet Leben. Sein gesammeltes Wissen aus mehreren Jahrzehnten gibt er an jüngere Generationen weiter.